Guten Tag, mein Name ist Karo Klix. Ich bin Key Account Consultant bei Kargo Klix. Wir alle kennen das Problem, wenn ein LKW am Standort eintrifft, muss der LKW-Fahrer seinen Lieferschein in Papierform übermitteln, was häufig zu Verzögerungen und zusätzlichem Aufwand führt. Da alle Dokumente immer noch in Papierform ausgetauscht werden, können sie nicht im Voraus an den Standort übermittelt werden. Unvollständige Dokumente führen häufig zu Verzögerungen. Die Abfertigung der LKW ist häufig aufwendig und es passieren Fehler. Mithilfe von Kargo Klix Slot kann der Dienstleister bei der Zeitfensterbuchung seinen Lieferschein oder andere Dokumente in digitaler Form anhängen. Auf diese Weise kann der Logistikstandort die Dokumente vor dem Eintreffen des LKWs bereits einsehen. Ich zeige Ihnen kurz, wie das funktioniert. Der Dienstleister hat ein Zeitfenster bereits gebucht. Er öffnet das Zeitfenster, geht auf den Reiter Anhänge und lädt seinen Lieferschein hoch. Der Schipper sieht das Dokument bereits vor der Anlieferung, Klammer Symbol in der Zeitfensterbuchung und kann das Dokument vor dem Eintreffen des LKWs einsehen. Wir können zusammenfassen. Mit Kargo Klix Slot kann man leicht Dokumente anhängen, die dann vom Standort zu sehen sind und schnell angeordnet werden können. Die Mitarbeiter haben bereits vor dem Eintreffen des LKW Zugriff auf die Dokumente, wodurch zahlreiche Probleme bereits im Vorfeld gelöst werden können. Die Kosten, das Setup von Kargo Klix Slot ist kostenlos, sodass Sie das System im Einsatz prüfen können. Wichtig ist, dass auch darüber hinaus keine Investition erforderlich ist. Abgerechnet wird lediglich 50 Cent pro Buchung. Gerne zeigen wir Ihnen in einer persönlichen Live-Demo alle Funktionen des Systems, damit Sie sich von den Vorteilen überzeugen können. Gehen Sie auf kargoklix.com slash live minus demo und vereinbaren Sie einen Termin. Wir freuen uns, eine maßgeschneiderte Lösung mit Ihnen zu erstellen.